hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge mad max und ich bin hier immer noch mitten dabei bei diesem unendlich langen kolonnen fahrzeug dieser unendlich langen da wie soll ich mal sagen speziale aktion hier dieses blöde fahrzeug hier endlich mal zu kühlen der zieht ja so ein feuerschleif also ich habe ihn hier schon ein bisschen gekriegt aber das ist echt schwierig und sehen ob ich gleich wenn ich in den schweif reinkommen jo 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 so endlich ja herzlich willkommen bei trends 17 tv und wir haben ihn endlich gekillt den blöden laster hier meine güte war das eine aktion ich habe schon gedacht das schaffen wir gar nicht mehr der hat ja feuer gespuckt wie sonst was da haben wir nämlich unser sicherlich unser wichtiges teil was wir haben müssen kühlerfigur hinten anbauen so hauptmission abgeschlossen sehr schön da habe ich noch ein teil gesehen ja euer zwölziger mike heißt euch herzlich willkommen hier wieder mal mitten in der mission das war das wort nach der ich nachdem ich ihm gesucht habe das auto brennt hier schön aus wir haben es geschafft irgendwo ist da auch noch ein über ein teil ich bin mal lieber vorsichtig so kommen wir ja maga komm boy du bist ja viel zu feige um auszusteigen kam mir einmal gar du kriegst jetzt erst noch was auf die zwölf das war's mein lieber hast du irgendwas in deiner höhle hier was ich gebrauchen kann die karre ist ja richtig cool so dann wollen wir mal auf zurück zur festung wir haben hier unsere mission erfüllt kann man da auch per schnell reise hin das wäre natürlich ein träumchen glaube ich aber eher nicht schnell reise doch das geht schnell reise mal sehen ob wir das auto jetzt auch mit bekommen aber ich denke mal schon ich hoffe so die waffenkammer kann gebaut werden wir waren ja letzt mal schon kurz angefangen hier mit der waffenkammer jetzt müssen wir immer mit dem obermufti sprechen ja wir haben uns jetzt hier bewiesen ja mein lieber zu den dafür ein geschwilzt auf dem rücken jetzt so hear me you'll need to get your harpoon reinforced to get through that first gate easy but your biggest hurdle are those hinges that's why it all calls for some black magick explose explosives schwarzer magie ja ich dachte schon ich beiß mir an dieser blöden mission dieser kolonnen mission echt die zähne aus also ich habe da bestimmt ungelogen anderthalb stunden dran gespielt bis ich dann endlich mal so weit war dass ich dann meine letzte hier starten konnte ihr wollt bestimmt nicht anderthalb stunden sehen wie ich ja den die kolonne hier und jedes mal bin ich wieder abgenuckelt hier so müssen wir hier noch irgendwo hin oder mit dem sprechen so wir können glaube ich ja ein bisschen aufrüsten donnerstecher das klingt ja mal richtig geil ja was kann man hier machen mit dem donnerstecher einbauen donnerstecher so was haben wir hier dann noch ich weiß gar nicht ob wir noch schrott haben kühlerfigur die können wir auch anbauen ne ach die ist schon angeborene kosten neu denn tue es erfolgreich sehr schön ja so langsam wird das mit unserer höhle hier wir verlassen wieder die festung wobei das was haben wir hier dann jetzt hier aufgaben ziel und feuern das können wir gleich mal ausprobieren hier moment wie cool ist das denn so den honor das ist ja cool das teil aber wir haben so gut wie kein sprit mehr das ist nicht gut ich weiß doch jetzt nicht ob es in der in der festung irgendwo sprit gibt aber ich habe da auch kein sprit gesehen fahren wir mal hierhin aber schrott ich brauche unbedingt ja das ist als nächstes auch unbedingt sprit kann man auch eine schnellreise machen schnellreise dann macht das doch ach geht wohl nicht das geht wohl nicht okay da fahren wir noch mal hin ein bisschen sprit könnten sie uns hier mal wieder zur verfügung stellen zurzeit irgendwie ein bisschen rar mit dem sprit und da haben wir schon die nächste kann man den kicken hier ne kann man nicht shit aber vielleicht können wir gleich mal den donnerstecher ausprobieren warte mal ach die haben auf jeden fall sprit so den kann ich mir so komm her komm her boy komm her boy bist du zu feige auszusteigen komm her oh das ist gefährlich hier oh oh das war glaube ich keine gute idee gehen wir mal wieder rein in die höhle rein rein in die höhle ach das war es schon ja meine lieben dann machen wir an dieser stelle ein kleines päuschen und sehen uns in der nächsten folge wieder ich bedanke mich auf jeden fall bei euch fürs freundliche zuschauen bis zum nächsten mal mission ist ja auf jeden fall bestanden hier endlich haben wir die kolanne besiegt und ja beim nächsten mal geht es dann weiter wenn ihr wollt lasst ordentlich Feedback da lasst Like da das ist wichtig für den Channel ich bedanke mich bei euch haut rein bleibt gesund und ciao